Wenn ihr nur gekommen seid, um zu streiten... Wir wollen gar nicht streiten, aber ihr habt gerade eine Bombe platzen lassen. Wir sind einfach überrascht. Das war allein seine Entscheidung. Es ist mir vollkommen egal, wer Schuld hat. Aber ihr hättet eurer Familie etwas sagen müssen. Wir behandeln dich wie eine Schwester, aber... Nein, das tut ihr nicht. Oder ihr geht furchtbar mit euren Schwestern um. Sorge ich mich nicht dauernd um sie? Ihr wart nie nett zu mir. Wir sind nett. Was weißt du schon? Zum Glück sehen wir uns jetzt nicht mehr. Ich heirate ja nicht euch, sondern Binyam. Das brennt. Alkohol im Gesicht ist eine neue Erfahrung. Das ist ein vieles Geschenk. Das ist ein sehr k cumulative. Ich habe das kampf. Und ich habe das kampf.